Oh, es ist einfach nice. So, jetzt ist er momentan gerade, ähm, what? Mehr? Okay, egal, egal. Guten Tag Leute, es ist natürlich gerade eben passiert. Wir haben hier die Möglichkeit, es ist das Update raus und wir haben die Möglichkeit einfach mal alles anzuschauen. Wir gucken natürlich, yay, wir sehen noch gar nichts. Das heißt, wir sind einfach mal really in the glitch time. Ja, ist natürlich schade. Oh, jetzt geht der Chat ab. Hallöchen. Habt den Held, sehr geil. Das ist natürlich ziemlich geil. Da gucke ich gleich bei den anderen auch nochmal rein, weil ich bin ja extra in den Clan Spirit Hawk gegangen, weil ich mir auch gedacht habe, ey komm, hier, da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich am größten, dass ich euch natürlich auch richtig neue geile Scheiße zeigen kann. So, jetzt gucken wir mal. Neues. Ne, er zeigt es mir leider echt noch nicht an. Das ist natürlich ein bisschen unschön. Ich mach mal nochmal einen kleinen Restart. Da seht ihr schön den Bildschirm, ganz kurz. Ähm, und ich gucke mal, ob ich das hier jetzt, äh, anzeigen kann. Das wäre natürlich ziemlich geil. Ne, er zeigt es mir wirklich noch nicht an. Also das scheint echt so eine, so eine Geschichte zu sein. Ja, dann wechseln wir wieder. Ich zeige euch gleich nochmal einen Bildschirm. So, und da geht es los. Wir wollen mal gleich reingucken. Henry, du Jammer. Okay, also wird Henry auf jeden Fall, äh, das haben. Hier, habt den Held. Gucken wir nochmal rein. Ja, ja, da sehen wir es. Official. Hier haben wir einfach mal ein Townhall-Elf. Und wir haben den Helden auf eins. Richtig geil. Ansonsten hat sich noch nichts verändert. Doch, hier, 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 ihr seht's hier. Hier wurde noch was gebaut. Der Mann. Ein nächster Magiatum. Wie gesagt, äh, sorry, wenn ich so ein bisschen, oh, reingucke. Wie gesagt, ich hab die Sneak Peaks echt nicht so dolle verfolgt. Weil wirklich, es ist meiner Meinung nach mal wirklich viel Qualm um relativ viel natürlich. Logisch, aber ich will mir das wirklich am Ende geben. Bäm, und dann sieht man, was geht und fertig ist. So, klar, Bogieturm, noch eine Kanone extra. Und dann, ja, das ist Extra-Bereich hier echt. Das stimmt. Das ist wirklich Extra-Bereich. Die ist größer, die Base. Gucken wir mal, ob der Glücksritter auch schon was gejammt hat. Ne, der ist aber dabei zumindest. Okay. Jetzt kann ich, jetzt kann ich mich aber nicht zurückhalten. Jetzt muss ich unbedingt gucken, ob Tobi schon gejammt hat. Nein, noch nicht. Okay, krasses Pferd. Aber ihr seht hier halt auch logischerweise Lager completely full. Und dann geht's ab YouTube. Tobias Spirit Talk, genau. Bei dem könnt ihr natürlich auch vorbeischauen. So, jetzt hätte ich natürlich gerne schon mal ein Gameplay. Das sieht gut aus hier. Yeah, nice, nice. Wir haben ein Official Gameplay vom Henry. Der greift an mit Barge und aber hat noch Hox am Start. Und jetzt will ich unbedingt sehen, wie er einfach mal richtig easy going... Da haut er den Held raus. Und ihr wisst selber, Loot wird wieder mega fett werden, denke ich. Bitte, bitte hau den Held raus. Bitte. Ja, genau, da kommt der Held. Und wir sehen ihn und wir zoomen direkt ran. Oh, es ist einfach nice. So, jetzt ist er momentan gerade... Ähm... What? Mehr? Okay, egal, egal. Aber ihr habt den Helden schon mal live gesehen. Und ja, großer Wächter dann in dem Fall... Wächter Level 2, was? WTF, Junge. Gucken wir hier nochmal beim Nickbock rein. Ob wir hier noch ein bisschen was sehen. Ja, jetzt ist es ein bisschen buggy hier gerade. Aber ich denke mal, das ist es auf jeden Fall wert, dass man wirklich so... Das erste bisschen so... Ja, jetzt geht's los. Dieses... Wollen wir doch alle. Und ich habe es zum Glück von der Arbeit her gerade noch so geschafft. Also wirklich, ich bin vor 10 Minuten rein. Und dachte dann auch, gut, okay. Okay, ja gut, okay. Er wird jetzt hier erstmal richtig schön lecken hier. Was soll der? Sheet. Jan 51. Das ist ein bisschen Keke. Ich kläre das hier mal ab. Ja, jetzt müssen sich auch wieder manche denken, Alter Mann, der ist fast 30. Was geht der so übel ab? Aber ganz ehrlich, ich will es doch einfach mal sehen. Also hier richtig... Fett gebartscht. Und ich will den Helden sehen. Ich will nochmal... Den großen Wächter sehen. Wie der sich anstellt. Weil ihr wisst selber... Das Sneak Peek... Ihr habt es euch garantiert ein tausendmal angeguckt. Und ihr habt halt... Aber auch nicht den Wächter. Warum nehmt ihr den Wächter denn nicht? Nein! Für euch, meine lieben Abonnenten, macht man sowas. Da sagt man, kommt hier... Hat mal einer nicht noch irgendwo was am Start? Aufmachung sieht so geil aus. Und gespendete... Boah, es ist total geil. Das gefällt mir. Ich mag sowas echt, wenn nicht nur irgendwelche Sachen neu kommen, sondern halt bestehende Sachen einfach verbessert wurden. Zack. Los geht's. So eine Sache. Und da muss man ja nur einfach mal kurz... Ein Rockstar Energy Drink trinken. Ohne Product Placement. So. Zack. Bäm. Den darf ich mir heute mal gönnen. Ja, der Loot. Der Loot. Egal. Loot. Egal. So, gucken wir mal hier. Endlich habe ich das auch geschnitten, dass wenn man 2-4 meint, dass man 2-mal Barbaren und 4-mal Dings nimmt. Und hier, ihr seht's. Hier, 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 hier. Hey, es kann offiziell auch Zauber gespendet werden. So geiler Scheiß. Wir haben's immer wieder gesagt. Oh, wie geil wäre das denn? Wie geil wäre das? Und jetzt ist es gekommen. Also ganz ehrlich, jeder kann erzählen, was er möchte. Und, äh, ich kann einfach nur sagen, ich find das total geil. Also so eine Sache wieder so, dieses, diese Kleinigkeiten. Und es, es ist auch, die, 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 die Tante sieht auch irgendwie ein bisschen anders aus hier. Irgendwie ein bisschen, äh, anders. Sorry, wenn ich so abgehe. Ich mag das. Ich stehe da voll drauf. Aber würde ich was Neues kaufen können, hätte ich dort ja die 1 eigentlich. Also von daher wird es für mich wirklich komplett gar nichts Neues geben. Sorry. Und ich guck trotzdem nochmal durch Rathaus 11. Also wie gesagt, für, für mich hat sich das nicht, in dem Fall, nicht so krass gelohnt. Aber, äh, wie gesagt, ich freu mich da einfach, dass ich sagen kann, ey, yo, läuft. Was kostet die Zeit zu jammen? Ist doch egal, Jan. Hau raus. Wir wollen richtig, richtig übel geil abgehen, Leute. So, aber eine Sache müsste gehen. Kleinen Moment. Nee. Das wurde mir nämlich gesagt, dass das theoretisch machbar sein müsste. Dann hat derjenige sich aber vertan. Ich hab das nämlich noch bei Instagram gelesen. Und dachte mir, äh, wär ja mega geil, wenn man bei Town Hall 9 den Frostzauber hätte. Das wär echt ne geile Kacke. Aber das scheint wohl nicht so zu sein. So, jetzt guck ich mal, ob eine Sache... Ja, es wurde auch das gefixt. So geil. Ihr habt's gerade gesehen, ja. Also man kann jetzt, wenn man jetzt nochmal eine andere Truppe bildet, kann man sagen, gut, okay, hier, ich will zuerst ein paar Mauerbrecher haben, dann das und das und dann nochmal Mauerbrecher. Episch geil. Am richtigen... Also wirklich ganz ehrlich, und da braucht mir keiner erzählen, oh, naja, die hören dir nicht zu, die sind ja nur geldgeil und sowas. Klar sind die geldgeil. Logischerweise will Supercell Kohle haben. Klare Sache. Aber die gehen auch wirklich auf diese Spielwünsche irgendwo ein. So sehe ich das. Aber warum ist das... Das ist doch schade. Den Frost hätte ich mir echt gerne gewünscht. Aber gut, okay, so ist das halt. Jetzt hauen wir erstmal einen Queenwalk raus. Wir hätten hier noch drei Stunden... Oh, es sieht so geil aus, wenn ich was Neues sehe. Oh, 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 oh. Yeah. Ähm. Oh, was ist das denn, Alter? Das ist ja mega geil. Das gefällt mir ja voll. Ja, sorry, wenn ich so übel abgehe, aber das ist einfach nur wenig. Also, beziehungsweise, das sind schon relativ viele. So viel hätten es gar nicht sein müssen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier irgendwie ein bisschen reinkommen, logischerweise. Hier noch Town Hall snacken, klar, logisch. Und natürlich auch episch Pokis abgesahnt, auf jeden Fall. Das ist natürlich... Ah, ja, war klar. Bam. Ja, gut, sind wir drin. Und dann machen wir hier nochmal ein bisschen was, dass der King eventuell auch reingeht. Das wäre auch ziemlich nice. Und dann sollte das eigentlich ganz gut klappen hier. So, jetzt haben wir da schon mal wieder kaputt. Gut, also wie gesagt, im Queen Walk, ich mache mir sowas von gar keine Sorgen. Gar keine. Das wird laufen. Das wird laufen. King könnte ich theoretisch auch heilen, aber ich will eventuell nochmal einen Queen Walk machen. Und da wäre es dann eher suboptimal, wenn ich jetzt die Heiler für den King rausgelatscht hätte. Das muss nicht sein. Das war jetzt nicht unbedingt klug, weil die Queen jetzt rausrennt. Oh, Glück gehabt, dass die Mauerbrecher gekillt wurden. Und ja, man kann auch mal Glück im Unglück haben. Oh, wie gesagt, ihr seht einfach übelst die Spannung, die sich aufbaut logischerweise. Und das ist es doch, was wir einfach sehen wollen. Nicht dieses, oh naja, wird langweilig, wird langweilig. Sondern nein, wir haben neues Zeug. Wir gehen wieder richtig ab. Nebenbei, ich habe es heute früh, habe ich das überhaupt gepostet? Ich weiß es nicht. Ich habe, meine Queen hat sich auf Level 25 gebaut. Hochgeschlafen. Ha ha ha. Und das fand ich auch ziemlich geil. Und wollte ich euch auch nochmal wissen lassen. Also das hat auch gut gepasst. Und hier geht jetzt definitiv nochmal Alex an Start. Ganz klare Geschichte. Und dann sollte das laufen. Ach komm, Queenie. Make it doch nicht like this. Cause nobody wants to have it like this. Aber egal. Ne, auf jeden Fall. Hier, ah komm, komm, zieh die des Alex. Hier, jetzt gehst du garantiert auf den Sammler. Ja. Ja, die Queen hat es immer noch drauf. Sie kann es. Denn sie arbeitet bei. Yeah, ihr wisst, was geht. So. Richtig geil. Oh, ich freue mich. Alter, und noch 20 Pokis. Das heißt, ich bin einfach mal ganz easy. In Kristall 2. Oh. Ja, wie gesagt, dass einfach dieser Moment läuft. Und wie gesagt, das Ding wird gleich geschnitten. Sorry, wenn jetzt nicht so viel Qualität da ist. Aber das muss gleich raus an euch. Ich guck mal, vielleicht hat noch einer echt einen Angriff mit einem großen Wächter. Das wäre natürlich ziemlich geil. Hm. Epic Loot auf jeden Fall. Ja, Kristall 2 hier bin ich. Loot Gasmus. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich werde auch, ich werde auch, äh, boosten. Ich werde auf jeden Fall boosten. What the fuck. Gucken wir mal. Ah, jetzt leckt er wieder ein bisschen rum. Erstmal hier alles schön. Ja, sehr geil. Ja, ich möchte sie nachladen und ich kann es aber leider nicht. Ja, ich würde gerne, aber gut. Gut, okay, dann. Oh, ich würde aber so gerne. Kleinen Moment. Oh, ihr seht's ja. Ich bin total geflasht. Total geflasht. Nehmen wir mal in den What the fuck rein. Wenn wir ihn sehen können. Ne, scheint wirklich gerade, äh, nicht so zu laufen. Aber ich hoffe, ihr habt, ja, wie, wie findet ihr es? Also ich, wie gesagt, ich bin ja mega übel abgegangen. Ähm, obwohl es mich ja mehr oder weniger gar nicht interessiert. Also wirklich, eigentlich sind es ja wirklich die Townhold 10er. Aber wirklich so dezenten Veränderungen, mit denen man wirklich viel machen kann. Da stehe ich voll drauf. Und natürlich, der Loot ist gut. Ich wünsche euch was und ihr haut rein. Ciao, ciao.